. 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 Ja, vielen Dank für diese warme Begrüßung. Ich bin heute Abend hier, weil ich sehr, sehr gerne zwei Missverständnisse aus der Welt räumen möchte. Zwei Missverständnisse, die wir seit vielen Jahren begleiten. Die meisten Menschen denken ja tatsächlich, ich bin Grieche. Das ist nur zum Teil korrekt und wenn dann gegen Bezahlung. Die Wahrheit ist nämlich, meine Vorfahren kommen tatsächlicherweise aus Armenien. Meine Eltern wiederum sind gebürtig in Bukarest, in Rumänien, leben aber auch schon wieder mittlerweile seit gut 20 Jahren in New York. Und ich bin quasi ein Original Münchner Kindl, born and raced in Downtown Munich. Und da fragt man sich natürlich irgendwann, was bin ich denn eigentlich? Entschuldige bitte, wenn ich kurz unterbreche. Gestatten, meine Damen und Herren, heute Abend in Mainz, dass ich mich kurz vorstelle. Mein Name ist Dimitris Tupakis Junior und ich sage aus vollem Herzen, hellas zusammen! Ich habe es gewusst, Mainz ist voll mit Griechen, danke sehr. Timmy, ich hatte dich gebeten, das ist heute Abend mein Abend. Aber du hast gesehen, wie mich die Mainzerinnen und Mainzer und alle begrüßt haben. Ja, aber Timmy, heute Abend ist es mein Abend. Ja, aber du hast eine Frage gestellt, lieber Rick, und ich möchte sie beantworten. Was ist das für eine Frage? Du hast gefragt, was du bist. Und du glaubst, du kannst es beantworten? Gib mir wenigstens eine Chance. Na, meinetwegen. Liebe Freunde, ich finde, der Rick ist, wie soll ich sagen, eine armenisch-amerikanische-balkanoide-Halbblut-Malaka. Demi, das reicht jetzt. Okay, das geht zu weit. Hier hast du 50 Euro und jetzt mach bitte ein für allemal den finalen Grexit. 50 Euro für den finalen Grexit. Malaka, ich bin Grieche und nicht sehr Blatter. Das zweite Vorurteil oder das zweite Missverständnis, was meine Person betrifft. Viele Menschen glauben, ich bin kurzsichtig. Hat die meiste Zeit meines Lebens auch gestimmt, aber ich habe mich lasern lassen und es hat Gott sei Dank geklappt. Klopf, klopf, klopf. Und jetzt fragt ihr natürlich zu Recht, ja, warum hat er denn dann eine Brille auf? Dazu folgende wahre Geschichte. Ich hatte gerade meine Augen frisch operiert bekommen und vielleicht zehn Tage danach hatte ich meinen ersten Auftritt in Dresden. Zum ersten Mal auf einer Bühne ohne Brille. Nach der Veranstaltung kommt eine junge Familie mit einem Sohn, möchten gerne ein Foto knipsen, wir knipsen ein Foto. Und anschließend sagt der Vater zu mir, Herr Karwenien, ich muss Ihnen was beichten. Um Gottes Willen, sprechen Sie bitte frei raus, was ist denn los? Also folgendermaßen, und zwar während Ihrer Vorstellung, um genau zu sein, in der ersten Spielhälfte, hat meine Gattin die ganze Zeit zu mir gesagt, Och, der ist ja so dünn geworden, der hat ja so abgenommen, wie hat er das nur gemacht? Bis wir dann in der zweiten Spielhälfte festgestellt haben, Sie sind ja gar nicht der Bastian Pastewka. Und bei allem Respekt vor meinem lieben Kollegen, da ist mir dann die Verwechslungsgefahr ohne Brille doch zu groß. Deswegen nochmal ganz kurz zur Wiederholung. Ohne Brille, Bastian Pastewka. Und mit Brille, wie gehabt, Nana Muscuri. Ja, was möchte ich noch erzählen von meiner Hochzeitsreise? Das ist eine Geschichte, und zwar meine Frau und ich, wir waren auf Hochzeitsreise in Botswana. Und es war sehr, sehr beeindruckend, wir sind in München losgeflogen nach Johannesburg, von Johannesburg weiter nach Maun, und dann mit so einem kleinen Flieger, mit so einem Buschflieger, direkt in dieses Camp. Und dort angekommen, wurden wir von einem Ranger in Empfang genommen mit den Worten, Misae, Mrs. Carvenial, yes. Please, welcome to the big Bambese, Botswana, Ocavango, Lord, yes. Und dieses Camp war, um es euch einfach mal ein bisschen näher zu bringen, das war wirklich tatsächlich voll in die Natur integriert, da waren keine Zäune, keine Drähte, da hätten auch Elefanten und Löwen einchecken können. Und sechs Zelte, insgesamt sechs Zelte, ein großes Hauptzelt. Unter diesem Hauptzelt waren etwa 150 bis 200 von diesen sogenannten Fruit Bats, diese Fledermäuse. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wenn du da beim Essen sitzt und dich gucken 150 bis 200 Augenpaare so an, da hast du ein bisschen Schiss. Und irgendwann habe ich mir gedacht, nee, so möchte ich nicht essen. Ich bin aufgestanden und habe diese Fledermäuse adressiert. Ich habe sie gesiezt, ich habe sehr freundlich gesagt, es besteht überhaupt keinerlei Veranlassung für so einen bösen Blick. Immerhin haben wir dieselben Verwandten, meine Eltern kommen auch aus Rumänien. So, anschließend hat uns der Ranger zu unserem Zelt gebracht, unser Zelt rund gebaut, vielleicht acht bis zehn Quadratmeter groß, auch ein Strohdach. Und neben dem Zelt ein Termitenhügel, der war vielleicht zwei bis drei Meter groß und davor ein Sumpfgebiet, etwa so groß wie Niedersachsen. Und bei der Übergabe des Zeltes sagte der Ranger zu uns, Missa und Mrs. Carvenia, please, yes. If you see a Hippopotamus, relax. Please, keep eye contact and slowly, very, very slowly, go back to the hut, grab the emergency horn and meh. Und ich dachte mir, genau so wird es gemacht. Zum Glück ging es gleich los mit dem ersten Game Ride, also mit dem Jeep rein in diese wunderschöne Landschaft. Und kaum waren wir draußen aus diesem Camp, haben uns drei Löwen den Weg blockiert. Drei Löwen, die offensichtlich gerade zum Mittag gefressen hatten, die in so einer V-Formation da lagen. Und die Löwen links und rechts hatten bereits zum Mittag gefressen, schliefen bereits. Nur der in der Mitte war noch mit Fressen beschäftigt und was er fraß, war ein kleines Gibbonäffchen. Das hatte allerdings bereits den Jordan passiert, lief also alles ganz friedlich ab. Und dieser Löwe kaut auf diesem Gibbonäffchen rum und irgendwann reiste diesem Gibbonäffchen einen Arm ab und kaut auf diesem Gibbonäffchenärmchen rum. Sodass dieses Gibbonäffchenärmchen den Löwen aus dem Maul dengelte wie so ein Pendel. Und plötzlich höre ich, wie eine Engländerin hinter mir sagt, Oh, look, the monkey's waving bye-bye. Und dafür liebe ich die Engländer, weil präziser kannst du es nicht beschreiben. Das muss man einen Engländer einfach... Es ist einfach fantastisch. Ja, irgendwann hat sich im Camp rumgesprochen, dass wir gerade frisch verheiratet sind und der Ranger kam zu uns und so meint, Yes, you're the honeymooner, yes, yes, surprise. Und ich so, was denn für eine Überraschung. We have arranged for you honeymoon dinner. Und ich dachte mir, honeymoon dinner, das ist ja toll. Und ich dachte, wir würden mit den anderen Gästen da bei den Fledermäusen irgendwo zusammen essen. Dem war aber nicht so. Die wollten, dass meine Frau und ich ganz romantisch essen. Deswegen haben die direkt vor unserem Zelt, neben dem Termitenhügel, mit Blick in dieses unendliche Sumpfgebiet, einen kleinen Tisch aufgestellt. Etwa so groß wie diesen, mit zwei Stühlen und Teelichtern. Freunde, wir hatten eine Angst. Wir haben nichts gesehen. Das war das schwärzeste Schwarz, was ich je in meinem Leben erleben durfte. Es war so dunkel, dass ich nicht mal mehr die Stimme meiner Frau gehört habe. Es war entsetzlich. Und wir haben Tiergeräusche gehört. Tiergeräusche, das kann man sich nicht vorstellen. Damit ihr es euch ungefähr vorstellen könnt, hier ein kleiner Auszug. Tiergeräusche, das kann man sich nicht vorstellen. Ich bin Ihnen ehrlich gesagt sehr, sehr dankbar, dass Sie genau an dieser Stelle geklatscht haben. Ich habe mich genau an dieser Stelle im Dschungel auch geklatscht. Und plötzlich kamen drei Löwen aus dem Busch. Sie trugen Smokings und haben sich verbeugt. Ladies and Gentlemen, der Botswana Philharmonic Orchestra. Nach drei Tagen Safari sind meine Frau und ich weiter. Nach Kapstadt. Wir wollten beim Whale-Watching mitmachen. Wale beobachten. Und wir haben uns da sehr drauf gefreut. Wir sind mit so einem Sportboot rausgefahren. Es war ein wunderschöner Tag in Kapstadt. Die Sonne perfekt. Keine einzige Wolke am Himmel. Und wir sind mit einem dieser Boote gefahren, in denen man steht, zumindest solange es fährt. Und für einen Mann ist das schon irgendwie cool. Du stehst in diesem Boot und dieses Boot. Und der Wind peitscht dir so ins Gesicht. Und ich sage es ganz ehrlich, ich habe mich so ein bisschen gefühlt wie Ricardo Tubbs bei Miami Vice. Und ich sage es euch ganz ehrlich, hätte ich mich in diesem Moment selbst heiraten können? Ja, ich hätte es getan. Plötzlich hält das Boot an. Ich habe direkt gekotzt. Es ging mir so schlecht, Freunde. Es war entsetzlich. Zum Glück war ein junger Skipper, ein Engländer an Bord, der sich meiner angenommen hat mit den Worten Don't worry, don't worry. That happens all the time. Let's just go back at six o'clock. Habe ich noch nie in meinem Leben gehört. Six o'clock. Sechs Uhr als Synonym für das Heck des Bootes. Der Engländer bringt mich also nach hinten, legt mich über die Reling, damit ich quasi den Atlantik füttern kann. Hat mir aber davor vorsichtshalber noch meine Brille abgenommen, damit die nicht ins Wasser purzelt. Und hat mir zusätzlich ein dieselverschmiertes Handtuch in den Nacken gelegt, damit ich auch ja keinen Sonnenbrand bekomme, dafür aber an den Dieseldämpfen ersticke. Wäre eigentlich gar nicht technisch möglich gewesen, weil ich ja richtig mit Kotzen beschäftigt war. Auf jeden Fall liege ich da so, der Engländer ist nicht von meiner Seite gegangen. Der Engländer hat mir immer sanft auf den Rücken geklopft mit den Worten Let it all out. Let it all out. It's good for you. Irgendwann bekam das Ganze so eine Qualität wie beim Kotz-Yoga. Breathe in and let go of everything. Breathe in and let go. Und ich liege da so in meiner Misere. Und plötzlich sehe ich, wie mir aus dem rechten Nasenloch Blut in den Atlantik tropft. Und meine erste Assoziation völlig klar. Dum 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 dum. Und noch bevor ich das überhaupt zu Ende gedacht hatte, höre ich, wie der Kapitän von vorne sagt, Ladies and gentlemen, please get your cameras ready. There's a white shark approaching at six o'clock. Ich panisch, will wieder hoch in das verdammte Brot. Der Engländer, stay down, it's good for you. Let everything go. Ich panisch, immer mehr Blut will hoch. Der Engländer, stay the fuck down or you're gonna die. Ah, ich so weiß ich auch ohne deine Info. Oh, ich hatte, meine Gott sei Dank, klopf, klopf, es ist nichts passiert. Schweingart, warum ich das erzähle, ich höre, ich muss ehrlich gestehen, ich, wie gesagt, ich bin auch so vielsprachig groß geworden und ich höre einfach das Englische so wahnsinnig gerne. Vor allen Dingen jetzt mal ganz im Ernst. There's a white shark approaching at six o'clock. Das klingt total harmlos, oder? Das klingt doch nicht wie dein Ende ist jetzt nah, mein Freund. Ganz ehrlich, there's a white shark approaching at six o'clock. Das klingt für mich eher nach Tee bei der Königin. Her Majesty, there's a white shark approaching at six o'clock. Really? Well, how lovely is that? Then, alas, let the shark in. Hello, Sharky, I'm Lizzie. What's your name? Hello, Her Majesty, my name is Dimitri. I'm a shark from Greece. Nein, das weiter. Das ist ja nur so. Ja, griechische Haie. Eine Seltenheit. Ja, wo habe ich das Englisch? Ja, oder es gibt ja auch so schöne, wie soll ich sagen, Abwandlungen des Englischen. Ich hatte ja vorhin kurz angedeutet, meine Eltern leben in New York. Ich besuche die auch so oft, ich kann. Und dieses Jahr zum Beispiel bei der Einreise in New York, bei Homeland, wie es ja so schön heißt, saß dort diesmal ein indischer Landsmann. ganz sympathischer Typ mit einer ähnlichen Brille wie ich und ich lege so meinen Pass hin und der Engländer guckt in den Pass, guckt mich an und sagt, Mr. Rick Cavanian, welcome to the United States of America. Und meine Reaktion war einmal Chicken Masala mit Mango Lassay. Gut, ich muss dazu sagen, das war jetzt geflunkert. Nein, um Gottes Willen, das darfst du da nicht sagen. Freunde, wenn ich das gesagt hätte, dann säße ich jetzt noch in Guantanamo. Bei den anderen deutschen Komikern. Was wirklich passiert ist, wahre Geschichte, ich lege den Pass hin, der Inder guckt in den Pass, und stellt mir eine Frage, die mir ehrlich noch nie irgendjemand irgendwo auf dieser Welt bei irgendeiner Einreise gestellt hat. Der Inder guckt in den Pass und fragt mich allen Ernstes, Mr. Rick Cavanian, please tell me how old are you? Ich schwöre euch, in dem Moment war ich blank. Ich wusste ehrlich nicht mehr, wie alt ich in dem Moment war. Ich meine, du bist auf alle Fragen vorbereiten. Wollen Sie den Präsidenten umbringen? Haben Sie irgendwie Dünger dabei? Wie transportieren Sie die Drogen? In welchem Organ? Auf alles hätte ich die Antwort gehabt, aber nicht auf die Frage, wie alt ich bin. Aber der Inder, total höflich, will mir helfen bei der Beantwortung der Frage. What do you think? 25, 35, maybe 55, make a guess. Und ich so, ach du Scheiße, mir läuft Schweiß aus dem Gesicht, mit Blut, ich war völlig fertig, die Schlange hinter mir immer länger. Zum Glück läuft irgendwann so ein langer Schlag, so zwei Meter groß, mit so einem Basketball-Jersey von den Dallas Mavericks, von dieser Profi-Basketball-Mannschaft in Amerika, und zwar mit dem Jersey von Dirk Nowitzki. Und der Nowitzki trägt ja die Rücken-Nummer 41 und in meiner Verzweiflung sage ich zu dem Inder 41 und der Inder und ich so 44 Welcome to the United States of America. Danke. Danke schön. Ja, Englisch höre ich wahnsinnig gerne. Ich höre eigentlich alle Sprachen gerne. Am liebsten höre ich eigentlich die, die ich überhaupt nicht spreche. Aber was ich trotzdem sehr gerne mag, ist das Spanische. Spanisch klingt für mich ganz, ganz toll. Und mir macht das immer wahnsinnige Freude, wenn ich in Spanien bin, spanische Radiostationen zu hören. Ich nehme dann immer einen Leihwagen, mache die Fenster auf, mache das Radio an. Radio Con Nosotros, Kise FM 996, la mejor música sin interrupciones, featuring Wally López a Discoteca Space, Space, Space. Sábado a las 8, B-D-R or B-Square. Es gefällt mir einfach. Es ist so, diese, da ist hier. Was mich so tatsächlich beeindruckt, ist dieser Stolz der spanischen Sprache. Allein wie die ihre Fluglinie nennen. Iberia! Iberia! Nicht wie wir, Lufthansa. Iberia! Gut, nicht jeder liebt die spanische Sprache so sehr wie ich. Wer sie gar nicht so gerne hört, ist Fußball-Nationalspieler Mesut Özil. Ja, Mesut hat drei Jahre bei Real Madrid gespielt. Und die Schwierigkeit ist einfach für die Spanier das Ö in seinem Nachnamen. Der Spanier spricht nun mal kein Ö. Deswegen wäre meine Empfehlung damals gewesen, Mesut, mach doch das Ö wenigstens raus aus dem Nachnamen. Mesut Osil ist auch nicht ideal, das gebe ich zu. Warum macht das nicht so wie die ganzen Brasilianer? Die haben doch auch so tolle, klangvolle Namen, oder? Ronaldinho, Socrates, Sico. Meine Empfehlung an den Mesut, Vorname, Mesut, und Osil zusammenzuziehen zu einem Namen, Mesutil. 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 Stellt euch mal bitte eine Fußballübertragung im spanischen Radio vor mit Mesutil. Apertura de Xavi Alonso. Xavi Alonso para Carlos Ramos. Ramos. Ramos para Ronaldo. Ronaldo. Ronaldo para Mesutil. 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 Muy peligroso. De 25. Mesutil. 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 Gol. Und ich untertreibe bewusst. Jetzt, wo ich länger drüber nachdenke, fällt mir auf, Mesutil ist zum Beispiel in Deutschland gar nicht so toll, weil Mesutil klingt wahnsinnig medizinisch, oder? Klingt so ein bisschen wie Fußpilzcreme. Mesutil Forte, stopp den Fußpilz noch vor dem 16-Meter-Raum. Ist nicht ideal. Ja, ich spreche gerne, ich rede gerne, ich spreche vor allen Dingen gerne Sprachen, die ich gar nicht beherrsche. Aber hin und wieder habe ich auch das Glück, bei tollen Kinoproduktionen mitsprechen zu dürfen, mitsynchronisieren zu dürfen. Das war es auch vor einigen Jahren, da durfte ich bei einer Animationsreihe mitsprechen. Vielleicht hat sie der eine oder andere von euch schon mal gesehen. Heißt Madagaskar. Und da geht es um vier Tiere aus dem New Yorker Zoo, die da ausbrechen, um endlich mal in ihre Heimat, nach Afrika zu kommen. Und ich durfte tatsächlich das Zebra-Mati sprechen. Und es mag jetzt komisch klingen, aber wenn man sich über einen längeren Zeitraum, auch wenn es nur ein animiertes Zebra ist, sich mit diesem Zebra beschäftigt, irgendwie wächst es in einen so rein. Oder man verwächst mit diesem Charakter, wie man so schön sagt. Das ist ein bisschen so wie der Grieche. Der Grieche ist mein Ego-Alter, der ist da, ob ich möchte. Manchmal ist er ein Ohrschlitz, manchmal redet er ein bisschen Shitbull, aber er ist einfach da. Oder so wie der Jens zum Beispiel, muss man auch besser aufpassen, der Arschloch. Also das ist, man kann sich nicht dagegen wehren. Und so ist es auch mit dem Zebra-Mati. Ich würde zum Beispiel sowas nie privat missbrauchen. Allerdings musste ich es einmal missbrauchen. Es war letztes Jahr, letztes Jahr, ich glaube Mitte Januar, es muss Mitte Januar gewesen sein. Und es war an einem Mittwochabend, 18.15 Uhr. Ich habe festgestellt, hoppla, wir haben Hochzeitstag. Ich habe weder meiner Frau dazu gratuliert, noch habe ich Blumen organisiert. Es ist höchste Zeit. Also raus zum Blumenladen meines Vertrauens. Dort angekommen war ein älterer Herr. Ich habe dem älteren Herr die Tür aufgehalten und der sagt zu mir, Das ist aber sehr freundlich von Ihnen. Wissen Sie, meine Frau und ich, wir haben heute Hochzeitstag, nicht? Und wenn ich heute Abend ohne Blumen zu Hause aufschlage, dann darf ich die Nacht aber sowas von auf dem Sofa pennen, nicht? Und da sagst du, das gibst du nicht, was ist ein Zufall? Wir haben heute auch Hochzeitstag und wenn ich heute Abend ohne Blumen nach Hause komme, dann darf ich bestimmt bei dieser Saukälte auf der Terrasse schlafen. Nee, das wollen wir nicht, das wäre doch gruselig, nicht? Nein, das wollen wir auf keinen Fall. Dann kam irgendwann die Blumenverkäuferin, eine groß gewachsene Holländerin. So, wer bekommt von Ihnen als erstes? Der ältere Herr. Sehr freundlich von Ihnen. Sehen Sie, gnädige Frau, ich hätte wahnsinnig gerne die 20 Baccarat-Rosen da. Und ich sehe diese Baccarat-Rosen und denke mir, die wären doch auch toll für meine Frau und ich rufe der Blumenverkäuferin hinterher, Entschuldigung, ich hätte auch gerne 20 Baccarat-Rosen. Ähm, das tut mir wahnsinnig leid, das ist unser allerletzter Blumenstrauß. Tja, da müssen Sie heute Nacht wohl auf der Terrasse pennen, ne? Entschuldigung, ist es denn nicht möglich, dass man die Rosen teilt? Zehn Rosen für den Herrn, zehn Rosen für mich. Sagen Sie, was fällt Ihnen überhaupt ein? Dieser Blumenstrauß wurde von mir gebunden, geschnitten, gepflückt. Dieser Blumenstrauß ist ein Kunstwerk, ein Ode an Mensch und Natur, der wird nicht geteilt. Okay, alles klar, gut. So, das macht dann 40 Euro. Alles klar, gut, 40 Euro haben wir hier, gnädige Frau. Und ich dachte, ich sehe nicht recht. Es war mittlerweile 18.30 Uhr, alle Läden hatten dicht, ich habe keine Blumen und hier schwimmen mir alle Felle davon. Ich muss irgendwas machen. Und zum Glück, zu meinem größten Glück, sehe ich, dass die Blumenverkäuferin unter ihrer Schürze ein Madagaskar-3-T-Shirt trägt. Die muss Madagaskar-Fan gewesen sein. Deswegen habe ich mich kurz geräuspert und ab diesem Zeitpunkt nur noch zu ihr in der Stimme des Zebras Marty gesprochen. Oh, das ist aber sehr, sehr schade, Miss Blumenverkäuferin. Sehen Sie, ich hätte Ihre wunderbaren Rosen so toll gebrauchen können. Aber offensichtlich interessiert es niemanden, wenn ein trauriges, deprimiertes Zebra der nachts Tränen in sein Bett aus Heu weint. Ihr hättet die Blumenverkäuferin sehen müssen. Ich gebe zu, die war anfangs etwas irritiert, aber dann guckt die mich an wie beseelt. Marty! Was geht denn hier gerade ab, hör mal? Ihn habe ich gar nicht mehr beachtet, ich habe nur noch in Ihre Richtung gesprochen. Ich habe gesagt, hören Sie, Miss Blumenverkäuferin, und das ist sehr, sehr schade. Sehen Sie, nicht nur, dass wir Zebras nirgendwo auf der Welt eine Lobby haben, jetzt verweigert man uns sogar schon ein paar simple Blumen. Miss Blumenverkäuferin, wissen Sie überhaupt, wie schlimm für mich die Zeit bei diesem Wanderzirkus war? Immer auf der Flucht vor den bösen Tierfängern. Nie zu wissen, ob ich überhaupt den nächsten Tag erblicken würde. Es war ganz schlimm. Aber Miss Blumenverkäuferin, tun Sie, was Sie tun müssen. Irgendwo findet sich noch bestimmt für mich ein Schlachthof. Ihr hättet die Blumenverkäuferin sehen sollen. Sie erstanden die Tränen in den Augen. Und das Interessante war, ab diesem Zeitpunkt hat die Blumenverkäuferin nicht mehr den Rick, die hat nicht mehr den Menschen-Rick gesehen, nein, ab diesem Zeitpunkt stand für sie real im Blumenladen das Zebra-Marty. Sag am I, Marty? Es ist unglaublich. Marty, wie hast du denn ausgerechnet bei einem Blumenlader gefunden? Marty, ich habe alle Filme mit dir gesehen. Ich habe gesehen Madagascar 1, Madagascar 2. Lassen Sie mich roten, Madagascar 3. Aber sag einmal, Marty, was hast du denn mit diesen dollen Backer-Rosen überhaupt vor? Es ist folgendermaßen, Miss Blumenverkäuferin, sehen Sie, meine Freunde, Gloria und Alex heiraten heute Abend und ich werde ihr Trauzeuge sein. Oh, das ist aber süß. Sagen Sie mal, wer zum Geier sind eigentlich Gloria und Alex? Das weiß man doch, das ist das Niedpferd unter Lewe. Also was ist es? Kriege ich es die Blumen oder nicht? Sagen Sie, wofür brauchen Sie überhaupt noch Blumen? Sie sind doch seit 100 Jahren mit Ihrer Frau verheiratet. Da tut es doch auch ein Kaktus. Aber dieses junge, wunderschöne Zebra hier in meinem Blumenlade, es wird heute noch Zeuge eines jungen Paares, dem die gesamte Zukunft offen steht. Was denn für ein Zebra? Also ich sehe nur einen Typen, der ein offensichtlich starkes Drogenproblem hat, aber ich sehe keinen Zebra. Wissen Sie, was so ignorante Menschen wie Sie sind daran schuld, dass immer mehr Tierarten aussterben? Und jetzt sage ich Ihnen eins zum allerletzten Mal klipp und klar. Verlassen Sie sofort mein Blumenfachgeschäft oder ich rufe den Tierschutz. Tja, und dann hat sie mir den Strauß Blumen verkauft. Vielen Dank. Dankeschön. Vielen herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Danke vielmals fürs Mitmachen. Dankeschön. Danke euch sehr. Mainz war mehr nebel. Vielen Dank. Vielen, vielen Dank. Danke vielmals. Dankeschön. Vielen, vielen Dank. Danke euch sehr. Vielen Dank. Danke sehr. Dankeschön. Ich bin ja rückblickend ehrlich gesagt sehr erleichtert, dass ich ein Zebra synchronisieren durfte und nicht jetzt beispielsweise Hannibal Lecter. Im Schweigen der Lämmer. Ich glaube, das wäre anders gelaufen. So, das macht dann genau 40 Euro. Ja, komm sofort, hier haben Sie die 40 Euro. Und ich sehe meine Felle davon schwimmen. Die Blumen waren so gut wie verkauft und ich dachte mir noch, ich kann doch unmöglich am Hochzeitstag ohne Blumen zu meiner Frau kommen. Und zum Glück, zum Glück sehe ich, dass die Blumenverkäuferin unter ihrer Schürze ein Schweigen der Lämmer T-Shirt trägt. Die muss Schweigen der Lämmer Fan gewesen sein. Deswegen habe ich mich kurz geräuspert und dann zu ihr gesagt. Sehen Sie, Claris, zu gerne würde ich mit ihm noch ein Weilchen plaudern, aber ich habe heute Abend ein Festessen mit einem guten Freund. Hannibal! Hannibal, bist du das? Ja, Claris, meine Liebe, ich bin es tatsächlich. Du hast es kaum verändert, Hannibal, du siehst so doll aus. Danke, Claris. Was soll ich sagen, anti-vegane Ernährung? Der Hannibal, immer wieder gut für einen Witz. Du, Hannibal, sag mal, die Kette, die du in deinem Hals trägst, die ist aber nicht echt, oder? Claris, ich bitte dich, das ist simpelster Modeschmuck aus der Türkei, wobei die Augen sind echt. gegen den bösen Blick, nicht wahr? Was ist jetzt, kriege ich jetzt meine Blumen oder nicht? Claris, meine Liebe, wie unfreundlich von mir, das ist mein Freund, ich hatte völlig vergessen, ihn dir vorzustellen. Claris, was hältst du davon, wenn wir seine Leber verspeisen und dazu einen ausgezeichneten Chianti genießen? Hannibal, das ist eine tolle Idee, ich hab schon einen Kohl dampft, es wird genau so gemacht. Dankeschön Mainz, gute Nacht, schönen Abend auch. Danke. Vielen Dank fürs Zuhören, danke euch sehr. Jering Halenherr. Danke vielmals, kommt gut nach Hause, danke vielmals. Danke vielmals. ARD Text im Auftrag von Funk Deutsche Comedy Würde dich gerne zum Lachen bringe. Comedy Club sagt Hallo. Abonnier. Das Beste vom Best. Deutsche Comedy Würde dich gerne zum Lachen bringe. Abonnier.